Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Walking Dead, New Frontier und wir starten mit Clementines dramatischem Rückblick. Oh, ich bin auch schon so gespannt, was passiert. AJ! Okay. Der Kleine ist offenbar krank und wir brauchen Medizin. Verstehe. Okay, der sieht wirklich nicht gut aus, der Kleine. Beruhige ihn den Kleinen mal. Es hat auch sofort verstanden und hält auch sofort die Klappe. Boah, wenn jedes Kind mal so wäre. Wie geil. Da ist Ava. Wenn komme ich ziehen, okay. Wenn komme ich ziehe. Lass mich raten, es wird die Spritze. Okay, wir gucken mal. Ah, scheiße. Okay. Ja, das ist es. Und es ist eine Injektion. Ah, scheiße. Okay, Leute. Ach, nö. Jetzt müssen wir dem Kleinen eine Spritze geben. Oh, bitte nicht. Clem, das machst du aber nicht da vor Ort, ne? Da musst du dann woanders hingehen. Alter. Alter! Der mutiert gleich. Was hat er denn? Nein. Nein! 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 Wir haben geschworen, dass wir auf den Kleinen aufpassen. Scheiße, ich hätte dir was sagen sollen, guck mal da hinten. Das ist gar nicht so schlimm. Okay. Ja. Durch den Stoff durchgespritzt. Der Typ ist doch selber abgefuckt. Der Typ ist doch so schlimm. Das ist doch ein... Oh! Sie hat doch nicht ihr persönliches Interesse. Alter, David. Alter. Hey! Nein! 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 Na, Alter! Nein! Alter. Wir stellen mal die Verabschiedung vor, die Rache. Am liebsten hätte ich ihm auch ins Gesicht gespuckt, aber nein. Ich liebe dich, Goofball. Ich liebe dich. Komm schon, Clint. Komm schon. Er hat geredet! Oh mein Gott. Oh Gott. Alter. Oh. Okay. Wir probieren sie mal zu rücken. Ja. My little goofball. That's what I get for trusting other people. Again. Okay, wir werden uns niemals gegen Clemmy stellen, egal was passiert. Unsere Clemm. Wir sind wieder zurück. So, ku 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 Komm schieben HW Wir brauchen ein Fahrradschloss. Los. Schön, dass er auch rennt. Oh, Kuckuckuck. Hey, das ist relativ simpel. Komm, 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 komm. Okay, ähm. Ah, scheiße. Okay, warte. Ah, scheiße. Da ist ein Wagenheber drin, kann das sein? Komm, nimm das Ding. Ja, ich mach doch. Fuck, Leute. Komm. Eh. Eh. Kommt, Leute. Clem. Jawoll. Komm schon. Trip. Jesus. Komm, 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 komm. Come on. Jawohl. Und Trip. Trip, komm, komm, komm. Wups. Puh. Wieder ordentlich Action. Ah, Trip hat's jetzt auch geschafft, oder? Wo ist Trip? 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 Vor grad so, ey. Trip. Come on, Trip. Ah. Close the door. Hurry. Get that goddamn Jack out of there. Das scheint so What the fuck Was? Alter! Clem! Boah! Boah! Scheiße! Alter, Clem! Alter! Should have trusted my gut about you We need to barricade the door Did you let him turn? Tell me Answer her question now We didn't have to worry about that What the hell does that mean? He lived, Clem Yay! Oh mein Gott Oh mein Gott Haben wir ihn vielleicht schon gesehen oder so? But how? He was dying Clem said so AJ bounced back He was stronger than we thought He was A miracle You're lying Hm? Wir sagen nichts Wir sagen nichts I know It sounds like I'm trying to save my own skin Clementine Please I'm telling the truth Where? Where is AJ now? I don't know for sure But he's in Richmond? Dr. Lingard took care of the boy He'll know how to find him Then I'm going back None of us are going anywhere until the walkers clear Boah, das ist echt schwierig Das ist tatsächlich schwierig Nein Ja Alter Achso Yay Schieben 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 Wo sind jetzt sie? Ich wollte gerade sagen Hä, wie soll denn das jetzt gegangen sein? Hä, was denn gefunden in diesem Container? Oder was meint der? Ach du Scheiße Wer hat jetzt hier von wem geklaut? Wer hat jetzt hier von wem geklaut? Alter Alter Das ist ein Schwein, ohne Scheiß Der David, das ist ein Schwein Alter Das ist schön Alter Alter! Okay, wir töten die alle. Schieß! Alter, diese Dreckssäue, ne? Diese Dreckssäue! Den schnappen wir uns, der hat die Kleine getötet. Beziehungsweise, der hat die Francine getötet. Los, 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 los! Eh, komm! Wieso hat der den Baseballschläger fallen lassen? Aua! Oh, Kuh! 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 Waaah! Äh, HW Not! HW Not! Help! Help! Eh! Waaah! Läuft bei dem! Komm! Kuh! Alter! Au! Au! Alter! Oh, shit! Oh, dammit! Alter! Nimm den Schläger! Nimm den! Clementine erschießt ihn! Hundertpro! Oder David erschießt ihn! Oder wir retten uns selber! Je nachdem! Kuh! Jetzt schieß ihm die Scheiße raus! Jawoll! So muss das sein! Dieses dumme Arschloch, Alter! So. Wir prügeln dem glaube ich, noch ein bisschen die Scheiße! Scheiße aus dem Leib. Ja, doch, da hätte ich Bock drauf. Hä? Wieso? Gott, dieser Schläger taugt ja einfach mal gar nix. So, jetzt reicht's. Nein, jetzt ist's okay. Jetzt ist's okay. Jetzt lass es sein. Wir haben schon genug Splatter gesehen, das reicht doch. Und jetzt töten wir den da. Ist gleich der nächste. Was ist das? Er ist all yours. Stop. Please. Raiding, looting. You betrayed who we are. You betrayed Richmond. Come on, David. This is Richmond. What's that supposed to mean? What's that supposed to mean? I ain't got nothing to say. Start talking. Or I promise you, you're gonna scream. Okay. Okay. Take it easy. I'm waiting. Come on, man. It wasn't like we were doing this by ourselves. Joe was in on it. We did it on her orders. She said we needed it to survive. I wanted to let you in, but she told me you'd never go for it. I'm sorry. It's too late for sorry, you backstabbing shitbag. Please. Don't kill me. I'll help you. I'll tell everyone in Richmond about this. I'll help you get back inside. Expose her to the others. We don't need your help. Ah, Scheiße. Was ist das?